Hallo alle Vitalisten zu Hause. Wir grüßen euch ganz lieb aus dem Vital. Wir möchten euch heute gerne wieder ein neues Programm mitbringen und zwar ein Kardioprogramm. Wir werden mit euch acht Übungen durchgehen. Die Belastung ist 20 Sekunden. Wir werden zehn Sekunden Pause haben, dann machen wir eine kurze Pause nach jedem Durchsatz und dann wiederholen wir das Ganze noch ein zweites Mal. Als Unterstützung gab ich heute einen Anregel. Wir wünschen euch viel Spaß und wir starten mit der ersten Übung. Jumping Jacks. Ich drücke schon den Timer und dann starten wir in zehn Sekunden. Also mach dich bereit, schafft ein bisschen Raum, ein bisschen Platz, Füße etwas breiter als die Hüfte und dann starten wir jetzt. 20 Sekunden Jumping Jacks. Du entscheidest, um hoch die Intensität sein darf, aber die 20 Sekunden ruhig mal richtig Gas genug. 10 Sekunden Pause. Ja, hol dich kurz. Nächste Übung ein halber Börbchen. Wir strecken einmal die Arme, Hände tief, schwingen zurück, wieder zurück in den Stand. Los geht's! Ding, hoch, tippen. Ja, mach dich lang. Bauchspannung. Wenn du tief gehst, nicht durchhängen. Gleich geschafft! Sehr gut! Nächste Übung. Wir shuffeln zur Seite, tappen mal auf den Boden. Ja? Schauen wir mal, wie du Platz du zu Hause hast. Shuffle und tappen. Los geht's! Shuffle, tappen. Shuffle, tappen. Shuffle, tappen. Ja, schön tief. Wenn du nicht nach ganz unten kommst, gar kein Problem. Geh einfach so tief, wie du kannst. Gleich geschafft! Okay, nächste Übung zum Muskel. Wir springen zusammen, öffnen weit und die Hand geht tief. Das Gleiche und die Hände wechseln. Los geht's! Achtet auf deine Knie. Fußspitzen sein nach außen. Nächste Übung, Leg Brasses, oberen Körper aufrecht. Entgegen gesetzt der Fuß. Entgegen gesetzt der Hand. Auf geht's. Auch hier. Bauch schön fest. Wenn du hier etwas mehr möchtest, kannst du das Ganze auch springen. Sehr gut! Übung, nimm mal selbst öffnen. Eis gehen. Die Kreuze hinten entgegensetzte Hand geht zum Fuß. Ja, auch hier. Gleiche Option. Im Tipp. Wenn du mehr möchtest, kannst du das Ganze auch noch springen. Auf geht's. Auf geht's, such dir dein Tempo. Gib ein bisschen Gas. Leicht geschafft! Sehr schön! Wir rumfliegen. Marmelklappe beginnt tief in den Stütz. Füße aufgestellt in die Knie. Ziehen im Wechsel. Los geht's. Richtung Brust. Der Bauch ist fest. Stütz dich raus mit den Händen. Und zieh. So schnell wie du kannst. Noch fünf. Okay, wir bleiben. Wir bleiben im Stütz. Letzte Übung für den ersten Brustgang. Immer die Beine öffnen und schließen. Los geht's. Nachwärts. Auch hier sind die Barsche fest. Po nicht zu hoch. Gleich geschafft. Erster Durchgang, kurze Pause, Zeit für euch schnell ein Stück zu trinken, wir machen das auch schnell und dann kommt der zweite Durchgang. Da sind wir wieder, frisch verstärkt für die zweite Runde, oder? Ja. Also die ganze Übung noch einmal durch. Wir starten mit unserem Timer. Erste Übung wieder, Johnson Jits. So, noch drei. Und ready, go! Lächeln nicht vergessen. Ja, fünf Sekunden noch. Schön durchhalten. Übung zwei, die halben Burpees. Arm gehen hoch und los geht's. Sprung zurück, aufrichten. Versuch auch schön zu atmen. Nicht die Luft abhalten. Schön entspannt weiter atmen. Sehr gut. Und jetzt geht's. Nächste Übung. Shuttle. Touch. Noch drei. Los geht's. Shuttle. Touch. Ja, genau. Tief. 20 Sekunden. Voll Power. Sehr gut. Nächste Übung wieder. Sumo. Squat. Wir starten mit dem Zusammenstrengen. Los geht's. Über. Ja. Wenn das in der zweiten Runde zu intensiv wird, kannst du auch immer ohne String arbeiten. Ja? Für mich bleib im Sprung. Leg Rise ist das Nächstes wieder. Oberkörper weg aufrecht und Hand geht's mit dem Liegen mit dem Fuß. Ready, go! Auch hier wieder schön den Backband spannen. Oberkörper aufrecht. Ja. So. Gut. Zum Beispiel auf links haben wir hier den Eis geht. Eine Kreuz nach hinten, entgegen ist das eine Hand wieder zum Fuß. Und los geht's. Auch hier wieder Option 1. Oder Option 2 gesprungen. Du entscheidest dein Tempo. Zwei nochmal noch, wir gehen wieder runter in den Stütz. Hände stehen unter deiner Schulter. Füße aufgestellt und die Knie ziehen wieder Richtung Brust. Los geht's. Das ist bauchfest. Andere zeigt euch gerade eine leichte Option. Ohne Sprung. Ja und ihr sucht euch wieder das raus, was zu euch passt. Gut. Zehn Sekunden Pause. Und dann haben wir nochmal in-out. Wir bleiben im Stütz. Und die Füße springen nach außen und nach innen. Los geht's. Aus. 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 letzten fünf. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Zwei Runden gemeinsam mit euch. Wenn ihr jetzt denkt, oh das reicht mir doch nicht, spulen wieder an den Anfang und machen gerne noch ein, zwei Runden mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schwitzen zu Hause und wir hoffen, wir sehen uns bald. Ciao.